ja was geht mein freundes wieder am start ja heute wieder mit pokémon an einem regnerischen tag so wie es ausschaut wir waren in der letzten folge auf der nugget brücke und ich denke mal dort werden wir jetzt auch schnell weitermachen denke ich mal gehen wir schnell bill besuchen bill ne und schauen dass wir hier trainer mitnehmen und so weiter damit unser pikachu stärker wird gerade für den kampf gegen misty ne ja perfekt gut durchdachter plan ne so ein radfranz erscheint er wird in den kampf geschickt pikachu es regnet ich weiß ich weiß du würdest jetzt gerne in deinem ball bleiben schön chillig aber was muss das muss ich würde auch manchmal gerne in meinem bett liegen bleiben anstatt zur arbeit zu gehen aber man kann sich das aussuchen ist halt so aber wie dem auch sei bisschen kämpfen schadet nicht aber ja pikachu ist auch schon wieder fast dauerne haben wir geil kann man gleich wieder ins pokémon center rennen so jetzt schnell noch ein donnerschock hinterher ne ich erwähne zu oft ne apropos ne schaut mal in meine beschreibung rein dort habe ich einen link reingepackt wozu merchandise von mir führt und dort könnt ihr ja mal reinschauen ich versuche so jedes wochenende neues ok gut retan ist paralysiert neue artikel in den shop zu packen und ja schaut mal rein vielleicht gefällt euch ja was ihr könnt mir auch gerne mal auf facebook schreiben was ich so gerne hätte snapbacks oder handy hüllen oder beutel also ihr wisst schon so umhänge taschen halt ne alles ist machbar auch tasse dann könnt ihr gerne euren kaffee draus schlürfen oder heiße schokolade oder tee so wie ihr wollt schreibt mir doch einfach mal ihr könnt auch gerne mal in die kommentare reinhauen so weiter geht die wilde reise die kämpft aber auch ziemlich lange hier wie viele hier doch poker mmo spielen ne komm komm gegen den betteln wir jetzt willst du betteln oh der ist weg hier haben wir ah der kämpft scheiße das ist ein gehsteins typ warte mal der kämpft aber nicht geld duell hallo duell duell der kämpft jetzt auch oder Ne, der hat angenommen Maske auf und Das ist ein Deutscher Maske auf und raste Ist ein Deutscher Oh, der hat ein stärkeres Pikachu Oh, der ist generell stärker als ich Hahaha Anziehung, ne Er ist versucht, um hier nachzumachen Ja, 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 ja Aber sein Pikachu Nockt mich aus Ja, sein Pikachu Nockt mich aus und mein Nachbar ist wieder am rumhämmern Hier So Glutexo Drachenwut Nein Oh, jetzt ist Glutex so paralysiert Entschuldigung Was setzt er jetzt ein? Schicktaub Alter, wie stark sind seine Pokémon? So Drachenwut Kommt das Duell Gewinnen wir Scheiße Scheiße, scheiße Ich kann keine Feuerattacken einsetzen Weil Äh, wegen Regen So, Taube ist down Das ist der Was? Alter Woher hat er Nido King? Okay, jetzt ist vorbei Jetzt ist vorbei Jetzt ist vorbei Ah, ja Ja, jetzt ist vorbei Hahahaha Alter, wie stark sind denn sein? Und woher hat er einen Nido King? Russen Russen Glumander Russen Hahaha 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 Oh Okay Auf jeden Fall ist er Ist er ein Deutscher Was ist jetzt los? Können wir kurz den Chat was schreiben Hat er jetzt die Verbindung verloren? Nice, nice Bist du Deutscher? Eigentlich müsste er ja ein Deutscher sein, ne? So, jetzt schreiben wir ihm kurz eine Nachricht Zoomen wir ihn mal schnell Komm, den suchen wir jetzt schnell Oh, der hat einen Gold King Bin ich der einzigste, der so schlechte Pokémon hat? Wo ist denn jetzt hier Maske auf und Raste? Wo ist er? Der ist nicht mehr da Schade Warte mal Global Add Maske auf Und Raste Bist du Deutscher Da, da ist er Ja, der hat's gelesen Nice, nice Willkommen Auf YouTube So Maske auf und Raste Komm Den stellen wir eine Anfrage Natürlich Natürlich So, der ist jetzt weg Der ist weg Jetzt können wir weiter kämpfen Ein bisschen Guck, so lernt man Leute kennen Hammer Jetzt rufen Ja 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 Dann holen wir halt Glutex so raus Ne? Ist ja auch kein Thema Scheiße Schnelldrachenwut Bam Ja gut Dann macht's Oh, das wär jetzt was für Taubsi Ne? Egal So Den Wanderer haben wir besiegt Gehen wir schnell zu ihm hier Wir können ja gleich mal gucken Ob der unsere Freundschaftsanfrage Angenommen hat So Pikachu Pikachu sollte echt mal eine neue Attacke lernen Ich weiß nicht Anziehung wär glaubt was für Pikachu Ja, wir bringen ihn Anziehung bei Anstatt Rotenschlag Ja Oder Heuler Ja, wir bringen ihn Anziehung anstatt Heuler Und ein Habitag Sehr schön Oh nein Jetzt hat er eiskalt Mein Pikachu Destroyed Ja gut, dann ist Taubsi halt eben dran Jetzt guck mal Jetzt guck ich mal, wie ich einen neuen Freund hab War angenommen hat Ähm, Freunde Ja Wir haben ihn Perfekt Wir haben einen neuen Freund Nein Oh, ich bin ein Vollidiot Das wollte ich doch gar nicht Ich wollte doch zurück ins Pokémon Center Ja, jetzt verlieren wir bestimmt Jetzt verlieren wir Komm Oh, Gott sei Dank Gut, Pikachu hätte dort eh keine ZD-E Glutec so machen müssen Ähm, was tun wir weg? Raserei Stärke 20 Er hört Angriff des Anwels Bei jedem gegnerischen Treffer Ne, bringen wir ihm nicht bei So Gehen wir wieder weg Gehen wir wieder weg Gehen wir ins Pokémon Center Ja, gehen wir ins Pokémon Center Da können wir wahrscheinlich schon in der nächsten Folge in die Arena Oh, ein Relaxo Das möchte ich auch noch haben So, perfekt Pokémon geheilt Wir haben einen neuen Freund Dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Also, macht's gut Haut's rein Ciao, ciao 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 Ciao